Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, mit so vielen Patientinnen und Patienten wie noch nie zuvor. Dementsprechend positiv ist auch unser operatives Ergebnis ausgefallen, leider geschmälert durch Abschreibungen auf das alte Bauprojekt. Mein Dank gilt besonders unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz für unsere Patientinnen und Patienten. Mein Dank gilt auch der Bevölkerung für ihr großes Vertrauen in das Spital Usta. Die Medizin wird zunehmend ambulanter und dem tragen wir Rechnung mit neuen Leistungsangeboten. Aber auch der Alterung in der Gesellschaft, mit der Erweiterung der Akutgeriatrie und einer neuen Station für Palliativcare. Danke, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten.